Ok, da fahren Flammenwerfer. Naja, das ist ganz schön schwer, das Ding. Den ganzen Twigern. Aua! Moin Sen und Willkommen zu Staffel 19 Folge 11 mit Energetix. Hallo. Ja, wir wären jetzt los. Ihr seht hier, jeder von uns hat dieselbe Ausrüstung. Wir haben jetzt alle zusammengekratzt, jetzt ist Operation Nachbarn aus Rotten angesagt. Oder die Dreiergruppe zumindest. Ja, ja, es ist offline, bla bla, ist halt so. Natürlich, dass es nachts wird, ist scheiße. Egal. Ich hoffe, dass es uns nicht zu wenige wird. Boah, ich dachte, da stehen zwei Typen dabei, sind zwei Schiffe, alter. Boah. 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 Stundenschicht versichert. Wie weit geht denn der Fluss hoch? Ach nee, komme ich schon durch, alter. Boah. 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 Ja? Gut gesagt, Acht Türen haben davor, äh, können wir auch machen, ne? Ah. Acht oder neun Türen. wenn wir oben Metalldach haben, dann gehen wir entweder durch die Tür oder durch die Rückwand. So bedenken, eventuell sind auch Garagen drauf, ne? Bestimmt. So, ich hau mal ne Leiter ran. Ach. Okay, da ist ein Eingang. Boah, ist das hier und da, hier, hier. Na, was ist denn mit dir? Du musst Leertaste drücken, Energie. Genau. Hier ist der Loot. Das ist alles nur Eingang hier vorne. Und Plunder. Würde ich sagen, gehen wir direkt durch die Türen durch, wa? Ja. Okay, dann let's go. Wie viel hat denn die noch? Okay, müssen wir einzeln schießen, immer so nach und nach. So, keine Kugeln verschwenden. Oh, fucking Garagetore, Alter, du kannst mich mal... Oh, ist das ne Drecksbase, ey. Dreier-Werkbank haben sie. Keine Schottkanz. Warte mal. Wo geht die runter? Da runter. Soll ich mal eben den Schlafbanker weghalten? Kannst du machen, ja. Entweder gehen wir durch die Wände hier... Oder... Da ist ne Foundation. Ich glaub, wir gehen... Ach Gott, das ist doch scheiße. Okay, wir fahren Flammenwerfer. Acht mal. Müsste die kleine Wand da wegknallen. Ah. Mhm. Mhm, 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 mhm. Okay, das heißt... Aha, ja, ja. Da ist das nächste Garagentor. Ähm... Wenn ich jetzt wüsste, wie hoch... Ähm... Ich würd sagen, die vier Munitionen hab ich jetzt... Oh, das wird knapp, Alter. Also ich hab noch 2,6 und... Äh... Awaaa. Fuck. Das ist halt so alles so scheiß enge drinne. Die werken die, äh, Tür noch? Stehst du da drauf? Ja, wir kommen da... 91. Müssen wir jetzt 2,7 und die 4 jetzt noch? 30. 30. Sag mir mal, wenn sie bei 10 ist. Ja. 18, 14, 10, 10, 10, 10, 10. Geh ich immer hoch? Naja, wenn nicht. Das hab ich mir fast gedacht, Alter. Okay, wir haben schon mal... 2,400 Metallsplitter. Hm. Ich werd jetzt den Rahmen hier wegsprengen. Äh, oder? Ich spreng mir mal. Ich mach. Puh. Äh, komm mal runter. Hm. Okay. Da hinter müsste der Loot kommen. Okay. Entweder machen wir jetzt direkt durch die Tür... Oder wir sprengen den Rahmen hier weg. Ähm, na, entscheidest du. Ja, guck mal, schieß mal da hin, wo ich mich schieße. Kannst du das? Ja. Treff ich dich, Dolle? Naja, wir treffen uns. Geh es halt durch. Das geht. Noch eins. Jetzt musst du eins wieder. Der hier. Ach so. Okay. Weiter geht's. Ja, ich bin noch nie mehr. Er schiebt den, ich hab den noch. Ja. Der hat jetzt noch... Aber wenn ich schieße, treffe ich mehr das Tor als im Rahmen. Ja. Ja. Aua. Fuck. Ist das hier eine enge Scheiße, ey. Ich treffe dich wieder, ne? Ja. Ja, komm, ich schieße das Tor. Ja. Ja. Okay, wir müssen mal zur Seite gehen, wenn du hier jetzt hier aufmachst. Brauch bist du zur Seite? Genau. Ball auch mal rein, da. Ja. Boah, ich hau hier gleich... Mach mal Metall. Mach mal Metall. Und da und da kommt der Loot, ey. Fuck. Ich hab 16 und 94 Schuss hab ich auch. 90 Schuss? Mhm. Dann... Hau ruf auf die... Auf die... Äh, du mal da unten. Okay, kommst du da ran? Ich komme... Warte mal, ich komme da hin. Ja, dann macht er. Ja, nein, da ist noch ein Garagentor. Glaub ich. Nee, warte mal, da könnte der Loot sein. Okay, los. Kaputt. Ach, da ist noch eine... Noch eine Tür, alter. Ich hab noch vier Schuss. Vier Schuss nur noch. Fuck. Was ist denn das für eine beschissene Base? Ich meine, war das beschissen? Die ist schon ziemlich heftig, ey. Dann geht's da bestimmt runter. Und dieses Fundament hier. Vier Schuss noch. Okay. Pass auf, bleibst du hier? Warte. Und ich geh mal schon was machen. Gib mir mal, äh, ne Leiter. Ja. Ach, du gehst dann die Dreier da oben. Äh, ich geh zu uns nach Hause und mach noch ein bisschen Spreng, Moni. Und du hättest hier, äh, die Stellung. Okay. Und ich mach hier, äh, einen Cut. So, ich bin jetzt wieder hier. Der Plan ist jetzt Holgener. Er holt jetzt ein bisschen Schwefel. Ich werde, hier aufpassen, wir werden die Öfen benutzen. Und in der Zwischenzeit werde ich dann immer wieder Schwefel, weil er mir bringt, craften. Und, äh, Spreng, Moni machen. Hab heute schon zwei gefunden. Nice. Wir brauchen nämlich viel für die Tür. Ist ja nur noch die eigene Tür anscheinend. Spreng dir die zwei gleich recht. Huch, Mist, ich ploppe. Wie viel Schuss hast du da, hast du gesagt? Vier Schuss hatte ich noch, ne? Okay. Also noch 59 Schuss. 12 habe ich schon am Machen. 14, 16, 18, 20, 26 Schuss. Ja, und sollte er jetzt kommen. Und dann kommen und die Tür aufmachen. Kriegt er direkt in die Fresse geschossen. Wir haben jetzt 54 Schuss. Ich fange jetzt mal langsam an, bis dann müsste der Rest auch durch sein. Ich gehe aber, ohne den jetzt zerstören zu müssen, da. Da oben. Ah, falsch, ja. Und notfalls hauen wir mit den Steinen rein. Viel Schuss habe ich auch noch, ne? 10 Schuss noch und der Ding hat noch 58 Schaden. Äh, nochmal schießt vorbei, bitte. Ja. Ich habe déjà vu. Ich glaube, dahinter ist noch eine beschissene, ähm, Tür. So, ich fange mal hoch und dann hier. Aller, ja. Wie viel Schwefel hast du jetzt, oder? Ich habe 230. Mach mal, äh, 80 für mich. Also 80 brauche ich noch. Okay. Okay, ja. Ach. Ich weiß noch, ich schießt. Sack. Hast du Kohle genug? Ja. Ja, ja, Kohle habe ich genug. Willst du es nennen? Ich brauche sie doch hier oben. Achso. Habe ich schon alles, ja. Ich muss nochmal Schießpulver machen ein bisschen. Dann nochmal eine Kugel. Hier kommt, ich mache nach. So. Acht Schuss, acht Schuss, achte, 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 achte. Müsste vielleicht gerade so reichen. Ich kann aber Schießpulver machen. Ja. Mann. Ja, die falsche. Das ist ja auch so ein Raid, Alter. Oh, du kleines Stück Kackewurst, Alter. Die missahnte man, Alter. Noch eine Tür, ey. Also noch mehr Schleife, ne? Okay, dann leg ich dir einen Schleife hier rein, dann machst du Schieß rüber. Ja. Und ich gehe noch Schleife fahren. Mach mal doch mal einen Cut. So, wir sind echt am Boden zerstört so langsam. Also wir haben jetzt doch mal alle gegeben. Wir konnten noch einmal jetzt genug Samtling für eine Tür. Und wir hoffen einfach, dass dahinter jetzt so was ist. Ich vermute aber, dass da noch eine Tür sein könnte. Und wenn ich ganz viel Pech habe, reiche ich doch nicht mal diese blöde Knarre aus. Oh, das wird wirklich eng mit der Knarre. Hörst du noch die zweite Simi? Die ist doch kaputt. Die ist schon, all jene. Ja. Wenn wir gerade so hinkommen. 58 Schuss. Sieh mich fast im Arsch. Oh, warte mal. Das sieht noch in einem offenen Raum aus. Glaube ich. Oh, das ist eine Bunker-Base. Du kannst mich mal super voll am A lecken, Alter, ne? Guck mal. Oh, mit Dach. Aber dafür haben wir Schwefel. Ach, das ist ja meinetwas. 1000, 2000, 3000 Schwefel. Oh, fuck. Und nochmal 2400 Metall. Und nochmal 2400 Metall. Oh, shit. Wie kommen die denn da? Oh, lol. Bist du tot? Nee, aber... Nein, ich bin mal hier. Ich seh die, ich seh die, äh... Schatkan-Trap. Zum Glück bin ich nicht aufgestanden, Alter. Ist ganz schön schwer, der Ding. Ich bin mal hier zu twiggern. Aua. Ah! Schluss. Geht nicht. Klappt nicht. Wo sind meine Bandagen hin? Mist. Weg sind sie. Oh, ey, jetzt müsste man sich ohne Scheiß wirklich komplett durch diese Foundation prügeln, ne? Mhm. Durch diese Dach. Und das kostet richtig böse. Machen wir ihn jetzt. Ja. Ach. Bin jetzt nicht für aufgeben. Nur weiter Schiff versuchen. Wenn. Macht's, glaube ich, Sinn. Er. Du meinst, von welchen hier das zu machen? Ja. Weil die hat ja schon... Naja, nee, die ist noch nicht angehltet. Guck mal hier. Die Platte ist 826 plus. Ja, genau. Okay, dann gucke ich nochmal nach Späfel. Pack den einen mal hier rein. Ach so, komm mal hier. Wir haben noch Späfel. Wir haben noch 3000. Ah ja. Aha. Ja, komm dann. Dann brauche ich jetzt bloß eine Heile-Semi-Mima wieder. Dann hole ich eine oder ich crafte es auch da rein. Gut, dann mache ich jetzt hier Späfel. Okay, hier zu Kohle. Ich hole die Kohle hier rein. Und Holz brauchen wir auf jeden Fall. Ja, natürlich. Kriegt die Kohle hier hin, ne? Ja, alles klar. Holz habe ich auch noch 1000 knapp. Nochmal Kohle, falls du was brauchst. Kohle? Nee, bin voll mit Kohle. Spritzen? Kohle brauche ich nicht, bin ich voll. Spritze? Spritze? Ja, ne, ich habe... Gut, dann gehe ich nach Hause und mache wohl eine Semi. Alles klar. Und Schein am Verparieren, ne? Kannst du den? Ja, ich glaube schon. Ja, ich hoffe es. Willst du die hier auch mitnehmen, die Semi? Ja. Und dann, ja, bis gleich. Ich hab dich insinn. Vielen Dank.